Staatsbürgerschaft verloren? Bro, wegen sowas kannst du die Staatsbürgerschaft verlieren. Rip, Leberkiss, also das Thema mit dem Ketchup auf dem Leberkiss, hatten wir ja mittlerweile oft genug. Mir schmeckt es einem anderen eben nicht und wenn ich solche Aussagen lese, hoffe ich immer, dass sowas spaßhalber gemeint ist und absolut nicht ernst, weil ich es mir absolut nicht ausmalen kann, wie leicht Menschen getriggert sein können von dem Essen, was andere essen, was denen eben schmeckt. Like Bro, du musst es nicht essen, also ignorier es doch einfach, es beeinflusst dein Leben überhaupt nicht. Ich esse Ketchup am liebsten mit Mayo, scharfen Senf, Ketchup und Delikatesse, wo Kuss geht raus.